Aller wissenschaftlicher Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte zum Trotz werden Forscher rund um den Globus immer wieder vor unlösbare Rätsel gestellt. In diesem Video stellen wir dir 10 mysteriöse Objekte vor, die Wissenschaftler bis heute beschäftigen und für zahlreiche Legenden sorgen. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und unglaubliche Entdeckungen? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Die geheimnisvollen Felsskulpturen von Abbé Fauré Im Alter von 30 Jahren erlitt Abbé Fauré einen schweren Schlaganfall, der ihn taubstumm und mit einer gelähmten Körperhälfte zurückließ. Um sich von diesem schweren Schicksalsschlag zu erholen, zog sich Abbé Fauré in die Klippen von Rote Neuf zurück, um ein Leben als Einsiedler zu führen. Die durch den Schlaganfall hervorgerufenen körperlichen Einschränkungen ignorierend begann Abbé ab dem Jahr 1870 damit, Hunderte von faszinierenden und grotesken Gesichtern und Figuren in den Fels zu meißeln. Bei der Gestaltung der rund 300 Felsskulpturen ließ sich der Künstler von verschiedenen Sagen und Mythen lokaler Piraten und Fischer inspirieren. Die Szenen zeigen überwiegend das Leben der Familie Rote Neuf, einer Fischerfamilie, die zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert lebte. Insbesondere die hohe Anzahl der Skulpturen und ihre hohe Liebe zum Detail beschäftigen Forscher bis heute. Die nach wie vor ungeklärte Frage ist, wie war Abbé Fauré mit seinen körperlichen Einschränkungen in der Lage, über Jahrzehnte solch eine schwere Arbeit durchzuführen? Cumbe Mayo, ein Volk war seiner Zeit voraus. Zu den bekanntesten Attraktionen Perus gehört zweifelsohne Cumbe Mayo, eine antike Städte, die 20 Kilometer südlich von Kayamarca liegt und laut Historikern zwischen 1500 und 1000 v. Chr. errichtet wurde. Der heimliche Star der Städte ist das Aquädukt, das auf eindrucksvolle Art und Weise verdeutlicht, dass die Städte von einem Volk errichtet wurde, das seiner Zeit weit voraus war. Zum Vergleich, die ersten Aquädukte der Römer erblickten erst im Jahr 312 v. Chr. das Licht der Welt. In Cumbe Mayo wurde der Weg vom Aquädukt mit in Stein gemeißelte Treppen versehen. Ebenfalls wegweisend, die antike Städte umfasst weitläufige Kanäle, mit denen Wasser aus den Hochebenen in die darunterliegenden Täler transportiert wurde. Vor allem in Zeiten der Wasserknappheit eine überlebenswichtige Technologie. Umrandet wird Cumbe Mayo von massiven Steinsäulen, die über die Jahrhunderte von Wind und Regen geformt wurden. Die unterirdische Kirche von Saint-Jean. Unsere nächste spannende Geschichte entführt uns nach Frankreich. Genauer gesagt, in das idyllische Dorf Obeter-sur-Dron. Hier befindet sich die unterirdische und in Stein gemeißelte monolithische Kirche Saint-Jean, die Historiker wie Touristen gleichermaßen begeistert. Wie Wissenschaftler herausfanden, wurde die Kirche ursprünglich entworfen, um wertvolle religiöse Artefakte zu beherbergen, die in einem Reliquiar auch bewahrt und vor Dieben geschützt wurden. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Kirche von Saint-Jean zudem als Friedhof genutzt. Einige historische Quellen lassen vermuten, dass sich die Arbeiter, die die Kirche direkt aus dem Kalksteinfelsen geschlagen haben, von zurückkehrenden Kreuzfahren inspirieren ließen, die Geschichten von unterirdischen Tempeln und Schatzkammern mit in die Heimat brachten. Während das Taufbecken in der Mitte der Kirche wohl zwischen dem 4. und dem 9. Jahrhundert entworfen wurde, erhielt die Kirche ihre finale Form möglicherweise erst im 12. Jahrhundert. Der Jungfrauenturm von Baku Auch in Aserbaidschan verstanden sich die Menschen im Mittelalter auf spannende Bauwerke. In der Hauptstadt Baku befindet sich der sogenannte Jungfrauenturm, der in der Altstadt der Metropole zu finden ist und aus dem 12. Jahrhundert stammt. Zusammen mit dem Silvansas Palace aus dem 15. Jahrhundert bildet der Jungfrauenturm eine Gruppe historischer Denkmäler, die im Jahr 2001 in die UNESCO-Welterbeliste historischer Denkmäler aufgenommen wurde. Im Inneren des Turms befindet sich unter anderem ein Museum, in der die spannende Geschichte der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku erzählt wird. Der Jungfrauenturm gehört zu den markantesten nationalen Bauten Aserbaidschans und wird von einer Vielzahl von Legenden und Mythen umgeben, die tief in der Geschichte des muslimischen Landes verwurzelt sind. Auf Basis dieser Legenden erschuf der Künstler Aserbaidschan im Jahr 1940 ein Ballett zum Jungfrauenturm von Baku, das sich bis in die Moderne hinein großer Beliebtheit erfreut und zu den bekanntesten Kulturexporten Aserbaidschans zählt. Yanmen Shan Mountain – ein Steinbruch voller Geheimnisse Geht es um kulturelle und historische Städten, darf das alte China in diesem Video natürlich nicht fehlen. Auf der Rückseite des Berges Yanmen Shan, 20 Kilometer östlich von Nanjing, befindet sich der sagenumwobene Yangshan-Steinbruch. Zurückzuführen ist dieser auf den Herrscher Zhu Yongzang, der im Jahr 1368 die Ming-Dynastie begründete und Nanjing als Hauptstadt seines Reiches ausrief. Der Yangshan-Steinbruch entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zur Haupteinnahmequelle des Reichs und lieferte das Material zu gigantischen Bauprojekten, die das Anlitz von Nanjing für immer veränderten. Insbesondere das gigantische Mausoleum, das im Jahr 1405 in Auftrag gegeben und niemals fertiggestellt werden konnte, fasziniert chinesische Forscher bis in die Gegenwart. Allerdings ranken sich auch düstere Legenden um den Steinbruch. Beispielsweise berichten Einheimische bis heute, dass Arbeiter, die es nicht schafften, das tägliche Quot an Schotter von mindestens 33 Scheng zu produzieren, an Ort und Stelle hingerichtet wurden. Ein Mythos, der dazu führte, dass ein naheliegendes Dorf mit dem Namen Fento, zu deutsch Grabhügel, versehen wurde. Auch Bolivien ist für spannende Geschichten bekannt. In der Nähe von Tivanaku, im Westen des Landes, befindet sich beispielsweise Puma Punku, ein T-förmiger und künstlich angelegter Plattformhügel, der laut Historikern um das Jahr 536 n. Chr. entstand. Laut dem Glauben der Inkas handelt es sich bei Tivanaku um einen mystischen Ort, an dem die moderne Welt entstanden sein soll. Entsprechend akribisch beschäftigen sich bolivische Forscher mit den Ruinen von Puma Punku. Doch auch im Volksglauben nimmt Puma Punku eine wichtige Rolle ein. Hier sticht vor allem eine Mauer aus sechs geheimnisvollen Monolithen heraus, deren Ursprung und Sinn und Zweck bis heute ungeklärt ist. Und dann gibt es daher auch noch die geheimnisvollen Steinblöcke, die in eine Haarform aus dem Fels geschlagen wurden und laut dem Volksglauben mit den Göttern der Inka in Verbindung stehen. Ob an diesen Geschichten etwas dran ist, wer weiß. Tivanaku, das Tor zur Sonne Bleiben wir in Bolivien und reisen in die Nähe des bekannten Flusses Titicaca. Hier wurde eine etwa 4 Quadratkilometer antike Siedlung entdeckt, die laut Historikern um 800 n. Chr. mit 10.000 bis 20.000 Bewohnern ihren Höhepunkt erreichte. Entdeckt wurden zahlreiche historisch relevante Objekte wie monumentale Strukturen, dekorierte Keramiken und megalitische Blöcke. Während die Objekte schnell einem Volk zugeordnet werden konnten, das vor mehr als 1200 Jahren lebte, sorgt der Tor zur Sonne genannte Monolith bis heute für Spekulationen. Was es mit diesem im Detail auf sich hat, wird wohl für immer ungeklärt bleiben, da Historiker aller Forschungen zum Trotz keine konkreten Hinweise auf den Sinn und Zweck des Monolithen entdeckten. Im bolivischen Volksglauben wird in dem Tor zur Sonne ein mystischer Ort gesehen, der die Welt der Menschen mit der der Götter verbindet. Abshaloms Grab, ein antikes Monument aus dem 1. Jahrhundert. Zu den ältesten noch erhaltenen jüdischen Monumenten gehört das Grabmal des Abshalom, das sich in Kidrontal, nahe Jerusalem befindet und aus dem 1. Jahrhundert stammt. Über die Jahrhunderte bekam das Grab eine Vielzahl unterschiedlicher Namen spendiert, darunter Grab des Hiskija, Turm des Joschafats oder das Haus des Pharao. Laut Forschern ist das Grabmal einer adeligen jüdischen Familie aus der Zeit der zwei Tempel zuzuordnen, deren Namen nicht mehr in Erfahrung gebracht werden konnte. Das mystische Monument umfasst ein unterirdisches Felsgrab, das aus dem Fels geschlagen wurde und mittels Treppen erreicht werden kann. Legenden zufolge wurde mit dem Grab die Abscheu gegenüber Abshaloms Ungehorsam zum Ausdruck gebracht. Abshalom lehnte sich der jüdischen Geschichte zufolge gegen die Herrschaft seines Vaters auf und kam bei einem Aufstand ums Leben. Historisch gesichert sind diese Geschichten allerdings nicht. Der Lykurgbecher, beeindruckende Kunst aus dem alten Rom. Den alten Römern werden verschiedene Errungenschaften und Erfindungen zugeschrieben, mit denen das Riesegereich die Zivilisation vorantrieb. Doch auch im Privaten hatten die Römer einen Hang zur Kunst, was sich vor allem am Lykurgbecher bemerkbar machte. Hierbei haben wir es mit einem Trinkgefäß aus dichroitischem Glas zu tun. Je nachdem, von welcher Seite das Licht durch die Glaswände des Bechers scheint, erstrahlt dieser in einer anderen Farbe. Wird er von vorne beleuchtet, leuchtet er rot. Strahlt das Licht hingegen von hinten hinein, erstrahlt er in grün. Zwar fanden Wissenschaftler heraus, dass dieser Effekt erreicht wird, indem man das Glas mit winzigen Nanopartikeln aus Gold und Silber anreichert, die genaue Zusammensetzung konnte jedoch aller intensiven Untersuchungen des Materials zum Trotz nicht ermittelt werden. Ein Grund mehr, diesen geheimnisvollen Becher zu schätzen und zu erhalten. Eine indische Sehenswürdigkeit, die Statuen und Monumente Gwalios Seit Jahrtausenden begeistert das ferne Indien die Menschen mit seiner spannenden Geschichte und der vielseitigen Kultur, die zahlreiche beeindruckende Monumente hervorbrachte. Darunter den geheimnisvollen Gopajal-Hügel, der zu den größten und wichtigsten aus dem Felsen gehauenen Jain-Denkmälern des Landes zählt. Im Volksmund ist die Stätte als Ekpatarki Bavadi bekannt und wird mit diversen hinduistischen Gottheiten in Verbindung gebracht. Die Götter sollen laut den Legenden an der Entstehung der bis zu 18 Meter hohen Statuen mitgewirkt haben, die den Gopajal-Hügel umgeben und zum Teil aus dem 6. Jahrhundert stammen. Eine Zeit, in der die technischen Möglichkeiten der Menschen begrenzt waren. Wie konnten also so eindrucksvolle Hügel und Statuen aus dem Fels geschlagen werden? Mit göttlicher Hilfe? Eine wissenschaftliche Erklärung gibt es bisher zumindest nicht. Insgesamt 10 mysteriöse Objekte führten uns in diesem Video rund um die Welt. Welche Geschichte hat dir am besten gefallen? Und kennst du selbst Fälle von Objekten oder Technologien, die bis heute ungeklärt sind? Schreib es uns auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wir sind gespannt! Bis zum nächsten Mal!